Die drei Geschwister aus Heunenbergsee und der Zürcher Violonist aus Bubiken schlönen mit ihrer jungen Formation beim Publikum voll ein. Seit dem Sieg vom kleinen Privalo in der Sparta-Ländler-Musik haben sie nämlich einen Haufen Auftritte bekommen und sie freuen sich enorm an ihrem Erfolg und am Musizieren. Musik ist bei uns eigentlich schon immer etwas vom Wichtigsten gewesen in der Familie. Unsere Eltern machen Musik, teilweise auch professionell. Und jetzt die neueste Formation, die gibt es am 13. März 2010. Ich bin Lucky, ich spiele Klavier. Sonst studiere ich Jazzschlagzeuge an der Musikhochschule Luzern. Ich bin Julian von Flüe und der Akkordeonist dieser jungen Gruppe. Mir, ich und Andrea, zum Teil Lucky und Vera sind auch schon dran. Sie komponieren selber für das Repertoire von Diagonalen. Ich bin Andrea Schmid, der Gigist dieser Gruppe. Ich gehe derzeit an die Kante zu Wetziker. Ich habe Julian vor etwa drei Jahren in einem Lager kennengelernt. Ich bin der einzige von diesen vier Musikern, die nicht zur Familie von Flüe gehört. Ich bin Vera von Flüe und ich bin die Schwester von den anderen beiden. In der Gruppe spiele ich Gige und Kontrabass. Und ich studiere Jungs in Neuchatel. Das schlechte Mödel ist, dass die Jungs mir an mich reinspielen, wenn man etwas sagen will. Das ist aber auch gleichzeitig das gute Mödel, weil sie haben so eine unglaubliche Spielfreude. Wir alle, dass es richtig Spass macht zu spielen. Hallo, privado, mir sind Diagonal! Applaus 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 Applaus